Oh, der Himmel muss dich geschickt haben. Nicht ganz, mein Freund. Vielleicht kann ich trotzdem helfen. Hm, das wird sich zeigen. Die Kapelle der Arbeiter ist in die Hände von Dämonen gefallen. Und die Tür ist nun versiegelt mit verfluchten Worten des Bösen. Diese hart arbeitenden Menschen benötigen die Kapelle, um ein wenig Trost zu erhalten, wenn sie schon sonst nichts besitzen. Was ist passiert? Ich war der Priester dieser Kapelle. Doch vor nicht allzu langer Zeit musste ich sie verlassen. Musste sie verlassen wegen des Fluchs der Dämonen, der nun auf der Kapelle liegt. Diese Dämonen aus der Hölle selbst. Ich kann helfen, diese Dämonen zu besiegen. Das kannst du. Hör zu. Der Fluch muss gebrochen werden und die Dämonen verjagt. Ich kenne einen Segensspruch. Mit dem können wir die Kapelle. Oh nein! Meine Schriftrollen. Wo sind meine Schriftrollen? Ich muss sie in der Hohenkathedrale im inneren Bezirk verloren haben, als wir versuchten, dieses Gebäude wieder zu weihen. Oh bitte! Kannst du diese Schriftrollen suchen? Wenn du sie findest, können wir gemeinsam diese Kapelle zurückerobern. Die Arbeiter werden unendlich dankbar sein. Und das würde dir zu einem großartigen Ruf verhelfen. Wo ist diese hohe Kathedrale? Sie ist im inneren Bezirk. Die Kuppeldächer sind geborsten. Du kannst sie nicht übersehen. Die Tür jedoch ist von innen versiegelt worden. Du musst wohl einen anderen Weg hineinfinden. Vielleicht einen sehr dunklen Weg. Ich werde die Schriftrollen suchen gehen. Auf Wiedersehen. Ich werde die Schriftrollen suchen. Ich werde die Schriftrollen suchen. Ich werde die Schriftrollen suchen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe da so einen Verdacht Ich könnte beim Doktor vorbeischauen Oh, bitte tu das! Untertitelung des ZDF, 2020 Da bist du ja wieder Hast du die Schriftrollen, sodass wir die Dämonen aus der Kapelle jagen können? Ich habe sie Nun denn, lass es uns gleich tun Folge mir zur Kapelle Ich werde den Fluch brechen Und du musst dich um die Dämonen kümmern Los, wir sollten keine Zeit mehr verlieren Die Dämonen Die Dämonen Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020